Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 4. Wir spielen wieder auf der schönen Map Propaganda und diesmal wieder einen etwas anderen Modus als sonst. Und zwar spielen wir Capture the Flag. Ja, da müssen wir halt die Flagge vom Gegner uns klauen und sie zu unserer eigenen Flagge bringen. Und natürlich dann die Gegner davon abhalten, dass sie unsere Flagge klauen. Und die sind schon da. Sollen wir jetzt hierbleiben und unsere Flagge beschützen? Oder sollen wir versuchen die andere Flagge zu holen? Aber alleine ist das immer so ein Problem. Das schafft man dann nicht. So, erwischt Junge. Achtung, gleich fliegt die Kralate. Oh. Warum ist der denn jetzt tot? Unsere Funkaufklärung meldet die Entwendung unserer Flagge durch falsche Einreisen. Nein, verdammt. Ich wollte den Pfarrer gerade wegschießen. Ah, wieder die Bulldog. War ja wieder klar. Das ist echt die Standard... Ich will jetzt nicht sagen, nur Waffe, aber... Ich bin overpowered. Ah, wieder so ein Bulldog-Noob. Er kann doch nicht wahr sein. Läuft jetzt jeder Spastier mit einer Bulldog rum, oder was? Alter. Willst du mich eigentlich verarschen, Junge? Und wie sie jetzt bei uns campen, um direkt wieder die Flagge zu holen? Ich will jetzt extra erstmal auf das Quad gelangen. Ich habe schon mal geschossen. Damit das ein bisschen was beschädigt ist. Alter, wie viele Granaten schmeißen die denn da? Ernsthaft? Ich habe viel früher geschossen, aber egal. Ja, kommt doch von hinten. Ja, mit wie vielen tausend Mann kommt ihr denn da noch? Unser Team läuft schnurstracks quer durch die Gegend. Und ja, die laufen wenigstens im Team. Was machen die da hinten? Alter. Ich bin zwar der Meinung, ich hätte eigentlich mindestens zwei von denen getroffen, aber ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber oben rechts steht fast nur noch Bulldog. Das ist doch echt für ein Arsch. Alter. Jetzt mal im echt. Ja, jetzt hängt er noch. Ich habe mich doch verarschen. Jetzt campen die sogar im Bus hier direkt. Ich bin ja gar nicht. Wir haben die Flagge verloren, over. Unsere Aufklärung bildet, dass der Feind unsere Flagge hat. Bitte um Wiederbeschaffung. Wir haben die Flagge verloren. Können wir nicht Vertrag zum Ziel erstellen. Der Feind hat einen Punkt erzielt. Und dann kommt wieder so ein Bulldog und rettet den. Das war doch klar. Alter, die gehen mir so im Sack. Ich bin zwar nicht der beste Spieler, das weiß ich auch. Aber ehrlich, sowas ist doch echt nubig. Oh, das geht mir so im Sack, ey. Besonders dieses Rumgekimper an der Flagge, ey. Jetzt könnte man nichts anderes. Ja, klar, Junge. Da ist es halt vom Quad überfahren. Wir haben noch nie die Flagge gehabt. Das ist doch nicht normal. Der Feind hat seine Flagge zurückgebracht. Sieben einfach nicht klein bei. Ja, super, unser Team hat verloren. Schön. Ja, jetzt mal im Ernst. Die Leute waren ja auch ein bisschen assi. Wirklich gut waren sie ja teilweise gar nicht. Na gut, Leute. Das war es jetzt wieder für dieses Mal. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss,